Wow! 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 An sich geht man in ein Praktikum ja immer mit den Erwartungen, hoffentlich lerne ich was, hoffentlich muss ich nicht nur Kaffee kochen. Wir brauchen eigentlich jeden, wir haben so viele verschiedene Arbeitsbereiche. Ja, man kann sich austoben, sag ich mal. Mein Wow ist Innovation. Ja, also besonders wichtig für mich sind Schulung, Weiterbildung, weil vor allem in der IT-Branche natürlich ein enormer Wandel ist. Genau das habe ich hier wirklich auch bekommen. Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, war der Workshop zum wissenschaftlichen Arbeiten, wo man eben einfach nochmal die ganzen Basics, wie man eine Bachelorarbeit schreibt, wie man da überhaupt herangeht, einfach mitgeteilt bekommen und das war wirklich sehr hilfreich. Meine Wow sind die Aufstiegsmöglichkeiten. Die geben sich extremst viel Mühe, weil die auch natürlich eine Chance sehen, im Unternehmen zu bleiben oder eine Masterarbeit dann bei uns zu schreiben. Wir haben als Praktikant gestartet und innerhalb von zwei Jahren schon drei verschiedene Positionen durchlaufen. Und ich hoffe, das ist noch nicht das Ende der Veranstaltung. Mein Wow ist Wertschätzung. Dadurch, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind, legen wir natürlich sehr viel Wert auf den Umgang mit den Praktikanten, mit den Studierenden. Praktikanten bringen frischen Wind in unsere Arbeit, kommen mit ganz neuen, unverbrauchten, frischen Ideen, die wir so vielleicht gar nicht haben. Und das habe ich halt ganz doll gemerkt, dass ich halt auch Ideen hatte, die vielleicht nicht ganz so typisch waren. Ich bin im kreativen Bereich tätig und ich glaube, da ist es gerade insbesondere wichtig, dass man eben immer neue Impulse von außen auch dazu bekommt. Dass man sich gegenseitig unterstützt und miteinander wachsen kann. Wir haben uns unsere fairen und guten Praktikumsbedingungen zertifizieren lassen und sind seither eine Fair Company. Es ist super schön, dass Gauselmann sehr viel Wert darauf legt, eine intensive Einarbeitungsphase zu vollziehen. Also der erste Tag beginnt dann so, dass man ein sogenanntes Onboarding hat. Man lernt direkt am ersten Tag auch alle kennen, die Räumlichkeiten, die verschiedenen Abteilungen. Und da wird einfach ein bisschen Orientierung, sage ich mal, geschaffen. Mein Wow bei Gauselmann ist die Vielfältigkeit. Ich habe immer das Gefühl, eine Aufgabe, drei Studierende, ganz verschiedene Ergebnisse und das ist das, was ich halt schätze. Und in dem Zuge auch das Vertrauen geschenkt zu bekommen, ist für mich einfach mein Wow. Wenn wir zum Beispiel beim Praktikantenstammtisch zusammensitzen und uns austauschen, erfährt man das eigentlich bei jedem, dass da wirklich sehr schnell Verantwortung und eigene Projekte auch übergeben werden. Man hat beispielsweise die Möglichkeit, in einer Studierenden-WG zu wohnen, wenn man von außerhalb kommt. Und dann habe ich ein halbes Jahr in einer Studenten-WG gewohnt mit zwei Leuten. Und das war einfach eine sehr große Erleichterung für mich und sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschafft, hier arbeiten zu können. Mein Wow sind internationale Projekte. Also ich fand es verrückt, als ich angefangen habe, wie international das alles hier ist. Also da kam der eine aus Portugal, der andere kam aus Tschechien, der andere kam aus Indien. Kultur pur. Susanne liegt es auch sehr am Herzen, dass wir wirklich Aufgaben haben und auch wirklich eingearbeitet werden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man so viele selbstständige Projekte mit anleiten darf, dafür die Verantwortung bekommt. Was mir einfach wichtig ist und ich glaube, die passen gut zu uns, sind Leute, die sich nicht verstellen und einfach auch Spaß daran haben, sich einzubringen, sich zu verwirklichen und einfach auch Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Kein Tag ist wie ein anderer, aber hat sich bislang noch keiner beschwert.